Los, Heinz! Lauf um dein Leben! Schnell weg! Es kommt! Lass uns erstmal eine Stunde Pause machen! Ich bin fertig mit Australien! Guten Tag, wir sind Fidi und Heinz. Wir sind wahrscheinlich die besten Angler der Welt. Sicher möchten Sie wissen, wie wir in diese Lage geraten sind. Dann bleiben Sie dran! Du machst das! Nein, ich mach das nicht! Pass auf! Wir machen deinen Namen auch nach vorne. Dann heißt das nicht mehr Fidi und Heinz. Heinz und Fidi. Und ich will, dass mein Name der größer steht. Ja, dann machen wir den größer. So, legt los! Ja, guten Tag, liebe Followers! Wir sind hier heute in Australien und wollen angeln. Und in Australien, da gibt das auch Kängurus. Da gibt das auch Kängurus! Kängurus! Ich werd dir helfen! Ich werd dir zeigen, wie ein Känguru aussieht! Und das hier ist also der größte Fluss von Australien. Und das hier ist also der größte Fluss von Australien. Ja! Und da sind dann auch die Haie drin? Ja! Du, Fidi, hier in der Zeitung steht, dass ein Mann mit Rattengift vergiftet wurde. Im Müsli von seiner eigenen Ehefrau. Oh, Mann, Mann, Mann! Was das! Eins gibt! Oh, Schnuckelhase! Wieso soll ich denn heute ausgerechnet alles aufessen? Junge, Junge! Das Zeug schmeckt wie Rattengift! Also, am schönsten beim Angeln, das ist doch einfach das Naturerlebnis. Die ganzen verschiedenen Tiere, die Vögel, alles was wir da Schönes sehen. Du, Fidi, guck mal! Da ist ein Koala! Du, Fidi, guck mal! Da fliegt eine Gans! Du, Fidi, guck mal! Da sitzt ein Angler! Nein! Und jetzt krönen wir ihn! Den neuen Angelweltmeister 2024! Fidi! Nein! Nein! Du, Fidi, wir haben gar keine Maden mehr! Ja, dann muss ich eben nach Hause gehen und welche holen. Ja, okay, mach das! Und? Hat deine Frau dir die Maden gegeben? So ein Hai, den kann man mit so einer Angel fangen, aber ich habe hier auch noch was anderes vorbereitet. Damit kann man den ganz prima fangen! Du, Fidi, ist das nicht zu gefährlich? Oh, nö! Das geht gut! Du machst das ja! Und dann steckst du den ins Wasser und dann sind die Fische gleichzeitig auch gegrillt! Nun gibt das lecker gegrillten Fisch! Heinz! 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 Alles klar! Heinz! Heinz! Alles gut! Rufen Sie an! Wovor sollen Fidi und Heinz flüchten? Wählen Sie 01 für das Mörderkrokodil! Die 02 ist die Giftschlange! Wählen Sie 03 für die Killerbiene! Du, Heinz, lies noch mal den einen Leserbrief vor! Jo, das mache ich! Lieber Fidi und Heinz, sag mal, sag mir mal, was habt ihr eigentlich für ein IQ? Fragezeichen! Aber du, Fidi, was ist denn das eigentlich? Jo, das... Ach, das ist die neue Route aus Amerika! Jo, die haben wir! Ehe! Oh, gut, gut, gut! Gut, 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 gut! Gut, 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 gut! Komm, meine Fischchen, komm! Gut, 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 gut! Oh! Oh, Heinz! Heinz! Ich hab einen! Was ist das denn für ein Löwe? Oh, ich habe den Hai gefangen! Oh, wir haben wieder Erfolg gehabt! Und unsere Followers haben wieder voll die coolen Angeltricks gelernt! Du, Fidi, ich seh irgendwie so unastro. Heinz, nun hör mal auf damit. Das ist nicht mehr lustig, ist das nicht. Heinz, lass das! Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei und erfahren Sie, vor wem Fidi und Heinz davongelaufen sind. Warte, noch mal, wenn das Drehbuch liegt da. Das ist okay. Hä? Da gibt das ja auch Kängurus. Ja, da ist schon eins. Scheiße, die Drehbuchte verboten.